Die Praxisorientierung im Strategic Marketing Master ist extrem wichtig. Wir haben sowohl im ersten als auch im zweiten Semester zahlreiche Dozierende, die direkt aus der Praxis kommen, die also Lehrbeauftragte sind. Daneben haben alle festangestellten Professoren in der ISM natürlich auch Praxiserfahrung. Das heißt, im Unterricht ist sichergestellt, dass unsere Studierenden nicht nur Theorie erfahren, sondern immer auch von der Praxiserfahrung des Lehrenden profitieren. Daneben haben wir natürlich sehr viele konkrete Praxiselemente integriert. Das betrifft die zwei Praxisphasen, in denen dann die entsprechenden fachelementen Praktika gemacht werden. Es betrifft ein großes Praxisprojekt im zweiten Semester, bei dem Projektarbeit für einen konkreten Auftraggeber außerhalb der Hochschule realisiert wird. Und das betrifft natürlich generell die Beratung durch unser Career Center, das den Studierenden entsteht.